Hallo, mein Name ist Stefanie Reich und ich bin heute Ihr Reiseleiter. Ich habe die Wanderschuhe an, es ist Ferienzeit und deshalb möchte ich mit ihm verreisen. Natürlich nur im Geiste leider, aber bekanntlich beginnt Reisen im Kopf. Wir haben in unserem Reiseführerregal eine große Auswahl an Tipps für den nächsten Deutschlandurlaub bereit. Ob zu Fuß, per Rad oder im Auto, hier werden alle fündig. Von der See bis zu den Bergen werden touristische Ziele wie eine Perlenkette durchs ganze Land. Sind Sie eigentlich schon einmal thematisch verreist? Wenn ja, ist meine Quizfrage für Sie ein Kinderspiel. Wie heißt der Verbindungsweg, der von Bremerhaven nach Kassel führt? Ein kleiner Tipp, viele der Bauwerke links und rechts an dieser Straße haben wir in der Weihnachtszeit bereits im Fernsehen sehen können. Viel Spaß beim Stöbern unter www.bibliothek-neuenhagen.de